Und war hier noch jemand? Das ist natürlich jetzt der Weg, den den Großen hier auch mit auf dem Weg hier auszuschalten. Ich hoffe, hier gibt es noch neue Steine. Ich kann sogar einen Schlaftrank machen. Das ist hilfreich. Hier brauche ich eigentlich prinzipiell nicht mehr Steine. Das ist natürlich trotzdem schön. Einsteigen habe ich noch. So, ich würde mal sagen, komm mal rüber. Okay, und jetzt sind wir eben durch. Der ist für dich. Verlass dich auf mich. Hier, schnapp sie. Ihr habt auch nichts zu sehen. Gut gemacht. Ich hab mich gemacht. Und Hops. Und Stein. Dann ist alles in Ordnung. Mir fehlt nichts. Danke übrigens. Und nun? Rodrik, du bist dran. Ja. Ich hoffe, wir können das rechts jetzt hin, bevor er wiederkommt. Schnell! Vorsicht! Komm durch! Das ist ja schon hoffentlich ein Checkpoint. Den hinten haben wir noch nicht weg. Auf der schaltet uns jetzt nicht aus. Die Retten! Sie wollen rauskommen! Ich hab keine Steine mehr. Das ist blöd. Hier brennt überall das Licht. Wir haben absolut keine Steine mehr. Ich hoffe, hier gibt es keinen Bogenschützen. Mein Bogenschützer. Jetzt kommt es euch nicht gefallen. Daneben. Ich hab keinen Stein. Wir schlechen uns von hinten an. Ich hab keinen Stein. Wir schlechen uns von hinten an. Oh, Steine. Sehr schön. Wir müssen es nur noch überleben. Sehr schön. Ah! Hi! Hey! Hey! Amicia! Amicia! Ihr lebt! Hört zu! Vitalis ist in der Kathedrale! Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg! Nehmt die Treppe! Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang! Ähm... Brändehaus? Wir können nicht zurück! Los! Wir treffen uns auf der anderen Seite! Nötiges Brandenhaus kommen wir nicht durch. Da kommen die Ratten auch nicht mit. Oh! Oh! Steine! Die werden wir bitter gebrauchen. Die werden wir bitter nötig. So können wir gerade was machen. Das können wir machen. Na dann mach mal. Ah! Dreckstück! Dir zeig ich's! Da kommen die Wachen! Rodrik, geh in Deckung! Uko kümmert sich um sie! Viel Spaß! Na toll! Die haben Fackeln! Was ist das? Da! Da ist jemand! Schnell! Die haben Fackeln! Da! Was ist das? Ich bin mal! Weiterekommen doch zum Heimlich! Ach ja! Oh nein! 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 gut der verdammte verkehren den selbe und okay Wir haben aber kein Zeugs mehr für die, um die Fasnen zu löschen. Das ist scheiße. Wir können auch nichts kriegen. Wie? Oh, das war knapp. Die können wir mit dem Stein ausschalten, eventuell. Und haben auch noch welche Rüstungen. Was machen wir, wenn wir nicht das Nötige dabei haben? Das kriegen wir ja nicht mehr. Können wir durch mal um die Tür? Wir haben auch keine Steine. Das ist scheiße. Wir sind am Arsch. Das ist offiziell. Das ist scheiße. Auf deutsch gesagt. Wir können jetzt hier nochmal gucken, ob wir hier irgendwo Zeugs kriegen. Den Topf. Die haben aber alle eigentlich alles schon aufgeräumt. Jetzt haben wir vier Steine. Na, Gratulation. Noch mehr Steine. Dann können wir unsere Laternen vielleicht ausschalten. Okay. Versuchen wir's. Verschlossen. Ich brech sie auf. Weckschlack. Jetzt zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Übungen, was ich in siehe. Viel Spaß. Ach du Scheiße. Okay, den haben wir ja auch noch. Auf. Den können wir nicht ausschalten. Den kriegen wir so aus. Aber wie kriegen wir den weg? Und wie kriegen wir den Großen weg? Das ist halt das Ding. Da braucht mir jetzt zumindest einer. Einen Wassertrunk. Irgendwo. Ah, hier. Hier. Okay. Okay. Weg hier, weg hier, weg hier. Dort oben haben wir halbwegs Sicherheit. Und jetzt die Ratten. Sofort. Das ist schlecht. Und die Ratten. Sofort. Was? Sie können mich nicht hören. Warum nicht? Oh boy. Oh boy. Tja. Ja, gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich denke schon. Lasst es gut sein, Rudrik. Okay, können wir noch irgendwas looten? Das können wir später gebrauchen. Holla, das war eine Sache. Okay, mit nur einem Stein. Wo lang ich jetzt? Da kann man nicht durch. Okay, vielleicht... Ja, jetzt brauchen wir das Feuerzeug. Das Feuerlösch. Also schleichen ist jetzt hier nicht die beste Sache. Nur Mut. Äh, ja. Ich glaube, die Bomben ist jetzt am dringendsten. Dann sollten wir mal hier runter. Ich mach's drauf. Okay, hier gibt's Steine. Nehme ich gerne. Nehme ich gerne. Lass mich ruhig für einen Tag, der Wunder. Kümmerst du dich um ihn? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Einer weniger. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Überheilkohle hier. Okay, Steinchen. Das werden wir brauchen. Aufgepasst. Was? Wir wussten, dass Einzelne, der Kürzburg gerecht ist. Dieser Ort steht unter Kaira-Pän. Und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Hartwelligkeiten holen. Ach, wie ist das? Was ist das? Ich bin mir schon mit der Strahlung. Schreit dir also. Und ihn. Ehe. Okay, Schlaftrank können wir noch keinen. Keine einen Brauen. Da habe ich immer gerne nichts dabei. Oh, Hopp. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Meiner. In Deckung. Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich decken. Ah, zu gefährlich. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Können wir die Bogenschützen irgendwie ausschalten? Schaffen wir noch nie, wenn wir jetzt da langlaufen. Können wir in den Wagen einsteigen und... Der Karren. Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist wir hohen Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Dann mal los. Feuer! Na toll. Mach dir um mich keine Sorgen, Knäpps. Amicia, die Grandier. Oh scheiße. Ich will den ausschalten. Ich muss den vor uns ausschalten. Ich verstehe. Die Bogenschützen sind nicht mein Problem. Ich hoffe erst mal, dass es aushält. Den Beutel verstärken. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Naja, jetzt doch irgendwie ein bisschen ungut. Okay, vier Steine. Würde ich mir mehr wünschen, aber okay. Der Karren. Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik. Zur Deckung. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Dann mal los. Vor uns. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knäpps. Wir müssen die vor uns ausschalten. Da gibt es neue Steine. Rodrik, du musst das überleben. Amicia, die gehören dir. Ich weiß. Rodrik, lass dich nicht treffen. Oh nein. Ich hab getroffen. Ich hab doch. Und der fängt schon viel zu früh an zu meckern. Amicia, Amicia, warte. Antwortet doch. Obwohl es noch läuft. Okay, jetzt gehen wir hin. Steinkern. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knäpps. Der Rodrik, der wird noch für uns sterben. Jetzt muss ich treffen lernen. Nein. Nicht schon wieder. Als ob. Wieder an derselben Stelle. Wieder beim selben. Ich muss oben stehen bleiben erstmal und dann versuchen noch... Ich brauch erst mehr Zielunterricht, glaub ich. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Was ist los, Amicia? Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Sehr schön. Das war einfacher Stein... Steinschießübung. Jetzt kriegen wir auch schon hin. Oh shit. Ja gut, da hab ich mich zu mir nach draußen getraut. Ah shit. Ganz vorsichtig. Vorsichtig am Scheren. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Ich warte mal los. Verstrich dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Saugknöpfe. Seine, der Vorsitz, Seine. Amicia, die gehören dir. Okay. Ganz langsam, ganz vorsichtig. Da kommt der Nächste. Oha. Oha. Nein. Meine Zielkunst sind wirklich legendär. Also mit der Steinschnitte umzugehen, das ist wirklich, also... Fantastisch, wie ich das beherrsche. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fall getauschen, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Ugo in Sicherheit. Davon werden noch uns einige berichten. Hey. Wie gut ich hier mit den... Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Wie gut ich hier mit der Steinschleuder im Spiel umgehe. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Tapferer Rodrik. Er ist ja auch ein bisschen geschützt. Oha. Ist doch knapp. Triff verdammt nochmal. Und der Nächste. Sehr schön. Kommt hier noch einer. Oha. Sie sind hinter uns. Ach du Scheiße. Oha. Der war sehr gut. Das war knapp. Wir waren schon am Ziel. Ein bisschen weiter und wir hätten es geschafft. Wir waren schon am Ziel. Untertitelung. BR 2018